ProRadio, ein erstes Mal. Ich wünsche mir, dass Sie mit Ihren Freunden und Bekannten die nächste Fernsehsendung bei uns miterleben werden. Wir zeigen Ihnen jetzt vor allem kurze Filme und erlauben uns, Ihnen dazwischen einige Ratschläge und Hinweise zu geben. ProRadio 2, erstes Mal. Liebe Zuschauer, Sie stehen hier vor einem Wagen, den die ProRadio eingerichtet hat, damit auch jene, die sonst selten Gelegenheit dazu haben, eine Fernsehsendung genießen können. Die Vorführung beginnt mit einigen Lichtbildern über das uns längst vertraute Radio und anschließend folgt der Kurzfilm, wie eine Fernsehsendung entsteht. Nach diesem Film beginnt die eigentliche Sendung aus dem Studio Bellerif. ProRadio 3, erstes Mal. Liebe Kinder, das ProRadio zeigt gewöhnlich am Abend das Fernsehprogramm. Segen Ihnen Eltern, Sie sollen zu dieser Vorführung kommen. Euch zeigen wir jetzt in dem Fernsehapparat einen netten Film. ProRadio 4, erstes Mal. Damit ist unser Programm zu Ende. Vergessen Sie nicht, der Abendsendung aus dem Studio Bellerif mit Ihren Freunden und Bekannten beizuwohnen. Wir beginnen mit einer kleinen Einleitung, bereits um 20 Uhr. ProRadio 5, zweites Mal. Damit ist unser Programm zu Ende. Heute strahlt das Studio Bellerif keine Sendung aus. Wir wiederholen deshalb um 20 Uhr unser Ersatzprogramm.